So, jetzt weiß ich nicht mehr, was wir vorhatten. Alle Spiele sind angekommen. Jetzt weiß ich wieder, was wir vorhatten. Ich wollte Dinge tun. Was wollte ich denn tun? Ah, richtig. Ich wollte die Belagung... Spielernaschen jetzt abbrechen. Ah, wir hatten ja das hier durchgemacht. Wir sind großartig, das Spiel seid ihr nur ein Bauer. Schnell, dieser Scheiß. Ja, ja, okay. Ah, geil. Erstmal direkt Negativ-Events. Geil, ich liebe es. Okay, ich mach nichts mehr mehr. Ja, das sieht dann dauert es, dass die mich nicht mehr... Uff. Hm. So. Wie hat man gestorben? Den ersetze ich. Hm. Wie das ist vielleicht... Jetzt hast du mir einer gekriegt, als ich wollte, die schon drüber durchschicken. Hä? Ach so, ja. Alles gut. Nein, das ist eine Lüge. Dann ist das gut. Wir brauchen sogar nicht mehr. Oh, oh. Wie übergebe ich denn hier Provinzen irgendwie? Auf die Provinz klicken und dann kannst du das unter Diplomatie irgendwo machen. Ah. Ich sehe. So, jetzt mal schon mal das Oshikawa. Das Feature kenne ich noch gar nicht. Ist mit irgendwie sie reingekommen. Na, ich hab... Na, ich hab jetzt alle DLCs. Ich hab's ja geschenkt bekommen. Ja. Ich muss nur lange genug warten und rumheulen, dann schenkt mir an die Leute das alles. Ah. So, wenn jetzt noch... Sehr gut. So, wenn wir jetzt erstmal diese Belagerung gewinnen könnten, das wäre sehr gut. Stufe 2, wow. Mehr vom machen wir immer noch. Apropos machen, ähm... Na, jetzt sitzt euer Marco. Ja. Nein, auch nicht. Bin mal gespannt, wie lange wir das finanzieren können. Oh, ich könnte sick werden. Ja, du, sick ist eigentlich eine übelst geile, starke Religion. Ja, aber das wäre mehr zu instabil. Also so ganz perfekt ist sie aber auch nicht als Reinhard. Ja, sie ist in dem Punkt halt nicht perfekt, dass du nicht mehr diesen Hindu-Bonus hast. Oder, äh, Sunni-Bonus ist das, ja. Ähm, oder Shia. Also auf jeden Fall, äh, indisches Sultanat. Dass sich dieser Buddhismus nicht juckt, sondern du musst da wirklich alles konvertieren. Nein, aber sonst ist gut, ja. Und halt, du hast Legalismus. Die Lüge zeig mir auch immer. Was eigentlich übelst, äh, hartes, aber ansonsten geht das total klar. Juhu. Oh, dann runter von der Insel. Ich stelle dir die Autonomie hoch, okay? Oh. Die Autonomie hoch? Könntest du uns mal fertig über Stufe 2 so, ne? Ja, 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 ja. Können wir nicht mal auf Stufe 4 stimmen? Das war mit ein paar Charakten, zur Hilfe. Stufe 3 würde schon reichen. Das wäre schon mal was. Wie wäre es mit 2,5? Ich krieg das nie. Okay, Rosokawa hat sein Frieden gemacht. Jetzt wird's spannend. Du weißt ja, erstmal nichts anektieren. Ich weiß. Wobei, so haben wir doch anektiert, war ja kein Übring. Ach, endlich. Ja, warte einfach lieber. So. Ich seh gar nicht, was da unten durch abgeht. Nein, deshalb müsste ich eigentlich Kwingen gründen, weil dann seh ich die gesamte Indonesien. Urbanische. Möchtest du denn so die Butstadt, oder ein Basal? Das ist ein Basal. Dort kriegst du ein Basal. Urbanisch, ne? Du willst aber aber. Oh, Masikawa, da ist ein nettes Ankuss. Unser Shogun macht nicht, was er machen soll, Marco. Ah, mein Mauswerk funktioniert schon wieder. Ich krieg die Events, alles planmäßig. So, das ist jetzt eine gute Idee, möglichst viel. Kleiner Boost. Was, wir haben Geld gekriegt? Naja. So, und jetzt auf jeden Fall der Entry. Honkitauch. Ja, aber ich frag grad, wie viel Provinzen ich nehmen sollte. Sie haben den Krieg erklärt. Also, dass die akzeptiert die Kultur, also kannst du ja eigentlich die Autonomie erhöhen und kaum, äh, äh, kaum Dings muss kriegen. Ich glaub, die Lüge einfach mal. Ich möchte mal anmerken, dass wir heute fast pünktlich gestartet sind. Also, abgesehen davon, dass die von den fünf Nöten ist es trotzdem, dass Marco, wir am pünktlichsten gestartet sind. Oh, oh. Oh, oh. Wie Hand haben wir jetzt? Erstmal annektieren, wahr? Nee. Toki angreifen, oder? Oh, oh. Okay, go. Gut, ich hab bald einen Bürgerkrieg. Sehr gut. Waffenruhe. Waffenruhe. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ashikaga greift Hosokawa an, nebenbei. Hm. Was sag ich jetzt dazu? Wir warten noch, bis Ashikaga das tut, würde ich sagen, und dann stützen wir uns auch auf, äh, Hosokawa, oder? Ja. 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 Das hat doch mal passiert. Weil wenn... Brunalelu, schlägst du was anderes vor? Nee, ich kann da auch nichts eines vorstellen. So, ich kann diese A-Klan mit... Eigentlich... Und was noch? Malakarus Malakarus Malakarus. Da unten. Ja, hier. Wird Hosokawa den Krieg? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Hosokawa ist dann bald ein Ashikaga im Krieg. Ja, Hosokawa können wir übrigens auch nicht angreifen. Vielleicht sollten wir dann gleich Ashikaga angreifen. Hm. Wollen wir jetzt schon Shogumbu? Na, erstmal müssen wir die Situation abwarten. Ist grad alles so ein bisschen Käsekuchen. Na, holen wir mal schnell uns nen Sarke. Oh ja, mal ein Boost-Gesick bei deinen Koronien oder was? Wie macht's denn das? 200 Bevölkerung. Ich bin verwirrt. Wieso steht meine Armee denn immer noch da oben? Äh, rechts so. Okay. Ah, Allianz wird aufgelöst. Nimm bald dafür zahlt man übrigens 1,5 Monats jetzt. Äh, bei dem hier. Nimm bald kein Fick. Äh, was macht denn Ashikaga? Sind die doof? Was? Was? Ah, sie kam ja oben von... Ah, jetzt haben sie ihn gesetzt. Jetzt können wir Yamana annektieren. Äh, ne erstmal so. Neue Achtung. Uff. Mach du mal so gerade. Ich mach so, okay. So, so, so. Was macht ihr also da? Oh, ey, was? Äh. Ich glaube, danach können wir Ashikaga den Krieg erklären. Glaub ich. Vielleicht. Aha, ein Aufstand. Ja. Hey, Dali ist frei. Okay, ich hab die aufgeregt. So, eine Sekunde, ich schließe die. Und schon verbunden. Die Reiten in den Krieg. Juff, also das geht jetzt los. Jetzt wird's richtig witzig. Jetzt wird's witzig. Ne. Also nicht für meine Gegner, ne? Ja. Deine Gegner, okay. So, Telan. Ja. Ähm. Wir machen's, oder? Also Schuhen ist jetzt ziemlich am Arsch. Also Ashikaga den Krieg erklären oder was? Ich glaube, ja. Ja. Okay. Also. Was meinst du? Ja. Die werden halt alle unsere Versaalen sein. Kann man legitimität oder so? Was jetzt richtig witzig wär, wenn Refugees Fleece total waren und einfach alle ihre drei Kolonien da weg werden. Ah, toll. Kann aber eigentlich nicht geschehen. Ich meine, es kann noch passieren, solange noch eine der Provinzen nicht fully colonized es. Ich glaub, nö, nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, tatsächlich. Also ich glaub grad, also nicht mehr. Äh, ich glaub grad, nein, dass das nicht rum mehr passieren kann. Aber es kann auch, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auch noch passieren kann, wenn hier eine der Provinzen, die hier, ähm, noch kein Koronien ist oder, äh, das sagt noch, kack, wenn er nicht mehr koloniert ist. Ach, das ist man nicht. Also ich glaub, wenn ein Besitzer dort ist, geht's nicht mehr. Klug. Ich weiß es zu jüngermaßen nicht genau. Aber ich glaub, äh... Naja, gleich können wir Toki den Krieg erklären, ne? Okay. Ja, Toki wir auch. Ja, von geht's ja immer noch nicht. Toki, 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 Krieg, hahaha. Apropos, hatt ich dann irgendwas anziehen? Hm. Oh, schön. Ich hab... Also kenn ich es eigentlich, wenn ihr teilweise ein Bug habt, dass eine Provinz plötzlich doppelt so lange gebraucht und doppelt so viel kostet fürs, äh, Konvertieren? Nö. Hatt ich gerade nicht, aber ist mir noch mal eingefallen, dass ich das ja gerne mal hatte. Oh, boah, das muss das nicht ganz so neu sein. Vor allem, das macht auch gar keinen Sinn. Hast du nichts einfach doppelt so viel gekostet, sehr toll. Oh, guck mal. Ich nehm mal die Anruhe, global. Sollen wir die Festung weiter an haben, oder wollen wir kosten nicht mehr? Nö. 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 Blurted. Meine Truppen sind nicht nur Schrott, sondern die sind Schrott mit Niveau. Was wäre das dann in Trigger 2? Weißt du, wie ihr einen Schwerthaken kommt? Oh, wie nicht kann ich? Ach ja, wie schön es doch ist, wenn Einheimische nicht aggressiv sind und dementsprechend nicht gleich einen angreifen, wenn man eine Einheit dort ist. Ich glaube, das kann ich jetzt auch mal abbrechen. Das ist so Civilization, ey. Naja, wir haben in Japan ja schon die Säuberungstaktik gemacht, gell? Hm. Aber ich möchte ja nicht meine Kolonie gerade aufbauen, ich möchte einfach nur Truppen dort stehen, damit ich schnell die Gegner angreifen kann. Plot-Forschung ist falsch. Ja, schön toll, schon wieder Prestige verloren. Also ich fände ja auch nur Prestige. Prestige brauchen wir nicht. Man kann EU für die Europäische Union gründen? Was? Moment. Was? Ich glaube, dass es eine Motivation spielt. Oh, ich habe was ganz Ruskantes gemacht. Ich habe einen Tributstadt der Ming angegriffen. Oh mein Gott. Krankertief. Die machen noch nicht mal mit, die Ming. Aber das ist ja so gefährlich, hier diesen Einprovinzler auf den Philippinen anzugreifen. Ähm, wollen wir ja, dass unsere Kolonien höher entwickelt sind, oder lieber... So. Hey, warum kriegst du ein Event? Nee, es geht darum, wir haben Tata der Entdeckung doch was bekommen. Äh, ich guck mal das gleiche. Moment. Ja. Ja, ich nehme die höher entwickelten Kolonien. Das ist so, ich kann ja... Ja, man muss echt sagen. Die können richtig gut würfeln, die KI-Leute hier. Irgendwer hat gesagt, vorhin vergesst die Vortexes nicht. Huch. Ey, so, ihr fragt mir, wieso ich zum Beispiel Vortexe extra beim Goldenen Zeitalter genommen habe. Verbesserte Kriegssteuern. Äh, ja, das habe ich ja auch. Und gerade mal, ich habe es trotzdem vergessen, die Stinger zu aktivieren. Oh, das Einkommen. Oh mein Gott. Die, die Einheilmischen, die mich nicht angegriffen haben, wo gemerkt, wir liegen gerade mein Gegner. Das sind die Reste der Armee. Stand David. Ah. Möglich. Richtig. Muss ich auch irgendwo mal spielen. Digga, die Euraten werden von Minen garantiert. Wie funktioniert das? Sie haben nicht nachgefragt. So, noch zwei Monate, Kilian. So, Stack Vibe. Sehr gut. Da kann ich eigentlich schon meine Handshutte wieder wegschicken, dass ich woanders was machen kann. Dann ist Mino Ende. Ressence ist bei mir angekommen. Verrückt. Ressence ist also durch Minen, die wird hier bei mir niemals durchkommen, so geführt. Kleine Session gemacht. An der Stelle, äh, wieso habe ich eben auch kein, also wie ich verstehe, auch einen Satz nicht. Wieso habe ich eben auch keine Kolonialreichweite zu Honky Ton? Wenn du zu weit weg bist. Welche Hypothese hast du? Aber immerhin du kriegst, warte mal, du, äh, weiß ja auch nicht, aber, äh, wirst du nachgucken. Aber warte mal, Honky Ton, in dem südlichsten Staat, den du hast, musst du, äh, musst du, äh, Erlass reinmachen, nur einen Erlass reinmachen, dass das schneller sich verbreitet. Wo kriege ich den denn? Auf die Provinzen klicken, dann auf die Region klicken, dann keine Last verfügbar, und dann zeige er, äh, also nicht keine Last. Ah, das funktioniert allerdings nur, wenn du die Provinz bereit, äh, zum Volleycore gemacht hast, durchgestatet hast. Hat er, definitiv. Ja, ja, also er hat ja auch nicht ein großes Land, da würde ich sowieso jede noch so kleine Provinz, äh, Volleycore machen. Äh, Startsumhalben, 200%. Uff. Das kostet zwar dem doppelt so viel, aber ist mir besser. Oh. Mach was Sinnvolleres und den Klagen. Sehr schön. Leute, ich krieg zwei Prestige pro Jahr mehr. Uff. Ich verliere ein Prestige mehr. Und krieg Missionarschärke plus zwei Prozent bis Ende des Spiels. Uff. Das ist nicht schlecht. Alles nur, weil mein, äh, bescheuerte, äh, Herrscher gebetet hat. Oh, 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 oh. Tja, beenden wir uns nicht immer, oder was? Wunderung, oh, 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 oh. Was kannst du hier noch, nicht unabhängig? Ja, ich weiß, ich kann nicht, ich glaube, wenn ich jetzt jede Mod spielen will, wird das schwierig. Nehmen wir mal die Renaissance-Gedanken, oder? Och, nee, mein General ist tot. Die, das wäre nicht so gut, aber. Ähm, Innovationsideen, ne? Ja. Äh, oh. Ähm, oh. Ähm. Was ist das, ob das wirklich Felix nicht hat? Okay, ich glaube, das ist ein bisschen sehr problematisch. Was ist sehr problematisch? Der Adel hat eine Beziehung von mir von fünf Prozent. Was, neun Truppen braucht man? Ich habe das Ding mal auf null Prozent runterbekommen. Ja. Ich sage mal so. Oh, ein Seed bekommt irgendeine Provinz, die gibt dem 0,2 Einfluss. Ich habe nicht gelesen, dass jede von diesen Scheiß-Provinzen irgendwie drei Prozent Einfluss gibt. Ja. Das ist jetzt mir im Endeffekt nur geschehen, weil ich eine Provinz weggenommen habe, weil er mir zu Einfluss hatte. Der war bei über 80 Prozent, ich habe dem eine Provinz weggenommen, jetzt 62 Prozent. Hat zwar Rebellion gegeben, aber die 17k konnte ich auch einfach platt machen. Marco, wir machen Plus. Wir waren das dann vielleicht 300.000 Ardenen oder so. 14, 16. Ja, das Problem ist, jetzt hat die Provinz der Sitz starke Adeliger immer noch. Ähm. So schön. Wir machen Plus. Sehr schön, sehr schön. Ja, sehr schön. Wisst ihr, was? Wisst ihr, wieso ein Plus macht? Guckt mal auf die Diplomatie, die Bilanz. Sehr schön, ich war. Also, ich meine Januar. Wie, wie, warte mal, wie viel seid ihr eigentlich im Plus? 36. Jetzt sind wir wieder Minus. Ja, da sind wir auch gerade Plus. 7. Ich bin da nicht. Aber das ist doch mal meine 14 Prozent. Ja, das Ziel habe ich auch schon gegeben. 2.600, 7.000, du Garten umliegen. Ja, ich befürchte, wir werden hier nichts an der Licht. Auf Krono landen können. Oder können wir. Könntens versuchen, oder? Das ist belastend, ja. Uff. Krono? Also meinst, äh, die Morskuchu? Den Verbündeten von, ja. Die nennen wir auch Ainu übrigens. Du musst mal als Nuk in den Kastilien spielen. Doch nicht Ainu. Nein, Moment, ich hab gerade kommen. Achso. Das ist Io, das ist, äh. Ito. Okay. Io. Nicht Ito. Ist doch tatsächlich Bankotten. Aber wir müssen zurück. Das ist Ito. Oder? Ach, ich hab das Ding auf Englisch. Ich hab das Ding auf Englisch. Fokussieren die sich jetzt auf uns? Nee, das ist noch was anderes. Ito ist noch was anderes. Ja, aber nö, die müssen zu, ja, die müssen zu Kono mit Io. Okay, ja, äh. Ja, ja, das war, ich meine, äh, Ito passt, das stimmt, das ist noch Kyushu, aber irgendwie passt das von der Probe. Ja, Marco, könnt ihr nicht eigentlich bei Osaka rübergehen? Nur so als, äh, Frage? Weil es die Aktion von Ashikara besetzt ist. Ah, stimmt, das könnte gehen. Ja, sollten sie. Naja, dann warten wir noch, bis wir...